Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Das ist der heutige Losungsvers aus Jesaja 50. Und es ist wieder mal ein Vers, der, obwohl vor Jahren schon für diesen Tag ausgelost klingt, als sei er genau für heute ausgesucht. Gott hat mir eine Zunge gegeben, dass ich mit den Müden rede zu rechter Zeit. Ja, Menschen, die müde sind, gibt es viele in diesen Corona-Zeiten. Vielleicht gehören wir selber dazu. Aber vielleicht entdecken wir auch, dass dieser Vers aus Jesaja uns selbst meint. Mit den Müden reden, ein offenes Ohr zu haben, einfach zuzuhören. Seelsorgerin und Seelsorger zu sein, das ist nicht nur eine Jobdescription für Pfarrer und Bischöfinnen. Das können wir alle. Und vielleicht haben wir in den letzten drei Weihnachtstagen dafür auch neue Kraft bekommen, haben etwas vom Weihnachtslicht in unseren Herzen gespürt, haben neue Zuversicht gefasst und können etwas davon weitergeben. Durch einen Besuch bei der Nachbarin, die allein ist und müde. Durch einen Anruf bei der Freundin, die sich an Weihnachten eher noch einsamer gefühlt hat. Und vielleicht merken wir dann ja, dass das, was Jesaja vor 2500 Jahren von sich gesagt hat, auch für uns gilt. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Aufeinander zugehen, aufeinander achten, einander zuhören und einander beistehen. Das können wir jetzt alle. Lasst es uns tun. Und geht gesegnet und behütet in diesen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.